Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARKT Play as Dino und ich hatte ja letzte Folge gesagt, ich will diesmal ein Zombie-Dodo spielen, denn er ist übel schnell, Leute, und übel stark, ne? Also hier, zack, ne? 10.000 zieht er jetzt schon ab. Mal gucken, Level 900. Ich muss natürlich ein bisschen höher anfangen, Leute. Ich hatte es ja schon mal gesagt, sonst bin ich hier aufgeschmissen. So, und was ich noch sagen kann, ich habe eine neue Mod draufgepackt, Leute. Und die hat es wirklich in sich. Denn die nennt sich Prometheus, vielleicht kennt es manche von euch, und da sind richtige OP-Viecher bei. Hier müsste auch schon einer sein. Hier, Leute, der hier zum Beispiel. Der ist auch von dieser Mod. Guckt mal. Ah! Ah! Guckt euch das mal an. Er hat seine Anime-Charaktere hergespawnt. Oh, was ist das denn? Hä? Was ist das denn, Alter? Ja. Okay. Wow. Ich komme nicht hierbei bewegen, Leute. Aber ihr habt es gerade gesehen. Das ist die neue Mod. Also, Leute, der war schon echt heftig, aber es gibt noch viel schlimmere. Ich will mir nochmal die Anime-Charaktere angucken. Ich glaube, das sind Anime-Charaktere. Oh Gott. Ich muss hier weg. Wartet mal. Ich will nur so einen Menschen bei mir haben. Guckt mal. Ach, die werfen Granaten, Leute. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh nein. Ich habe vergessen, dass er Falschhaden kriegt. Oh, shit. Ich muss hier weg. Wir sind mit ganz in Ruhe mal angucken. Ah, da kommen sie schon. Leute, dieser... Oh nein. Ich mach's was zu schnell. Dieser Dino sieht echt geil aus. Dieser Tech-Dino. Oh Gott. Ey, die sind auch gar nicht mal so langsam, ne? Aber hier... Genau, die. Die Anime-Charaktere. Die will ich mir jetzt mal angucken. Ich glaube, das sind Anime-Charaktere. Da. Guckt mal. Ja. Ich versuche mal zu töten. Und nicht abzubauen. Hier war doch gerade einer. Okay, ich glaube, die sind alle verschwunden, weil er die halt spawnt, ne? Okay, nochmal, nochmal. Los. Ich glaube, ich lasse mich kurz mal töten, dass ich wieder volle Energie habe. Aber erst mal soll er seine Viecher spawnen. Okay, zack, weg. Ah, ich will sie sehen. Okay, ich... Ich muss... Oh Gott. Ich muss nur... Oh shit, Leute, das waren zu viele. Ich muss nur einen töten. Ich möchte mir einen mal angucken. Jetzt aber. Ah, ich bin zu langsam. Ah, ich hab keinen getroffen. Alter, was die abziehen. Aber Leute, habt ihr gesehen? Das sind... Das sind so Anime-Mädchen. Guckt mal. Alter, alter Falter. Shit. Was klingt denn da gerade ab? So, jetzt nochmal. Komm mal her. Okay, die Dinos kommen nicht hoch. Guckt mal. Da, jetzt kann man sie richtig angucken. Sieht ihr das? Oh shit, ich bin reingesprungen. Ich bin reingesprungen. Ich bin... Ich bin gleich tot. Alter. Wow, Alter. Das war gerade heftig. So, den wollte ich euch schon mal zeigen, weil der gerade hier gleich nebenan war. Und ich spawned ja immer halt hier beim Schloss. Und, äh, ja. Den wollte ich euch zeigen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was noch so neu ist. Aber das ist heftig. Überlegt mal, wenn ich ihn die ganze Zeit angreifen würde, was der für eine Armee spawnen würde. Alter, hier guckt mal, was hier abgeht, ey. Guckt mal. Heftig. So kleine Elfen, ey. Und hier so eine... So eine... Roboter-Viecher. Das sind, glaube ich, Alusauros. Die sehen für mich aus wie Alus. Okay. Ähm, egal. Ähm, weg hier. Äh, geht weg. Gott, ihr habt Angst vor mir. Guckt mal, wie sie weglaufen. Kommt her. Ich will euch fangen. Oh. Oh, shit. Sie sind weggeploppt. Okay, ich lauf mal lieber weg. Äh, der ist mir nur noch mal zu krass. Dabei ist das, glaube ich, einer der leichtesten, Leute. Ich glaube, das ist einer der leichtesten. Ich hab schon, äh, heftigere gesehen, auf jeden Fall. Okay. Äh, wo sind meine Kumpels, die Buschmenschen? Oh, Giga. Okay, ich hau lieber ab. Leute, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Alter, was hier abgeht, Leute. Ich fühl mich heute übelst klein, ey. Also heute fühl ich mich auf jeden Fall klein. Ein neuer Boss. Was ist da oben? Ich will's sehen. Ich will's sehen. Äh, was steht da? Ich kann's doch nicht lesen. Ich muss da einfach hochkommen. Okay, das ist doch ein bisschen zu hoch für meinen. Ich muss mal außen rumgehen. Aber da war auf jeden Fall gerade noch ein Boss. Alter, der Titano sieht übelst mächtig gerade aus. Guckt mal, ey. Wenn man so einen kleinen Dodo spielt, ey, dann ist das schon heftig. Alter, Gorilla, was ist los, Alter? Der Titano schützt mich. Ehrenmann. Oh Gott, ich muss weg. Okay, mal gucken, was den Boss da oben gespawnt ist. Alter, Leute. Guckt euch mal diesen Gorilla an. Ach, hört ihr die Melodie? Nice. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, der greift mich gleich an. Alter, ist der heftig. Oh shit. Alter, ist krass, dass aus so einer Melodie kommt, ne? Azura, Leute. Azura. Ähm, ich greife... Oh Gott. Holy shit. Holy shit. Ich hab Angst, dass der mich angreift. Ja komm, äh, der Gorilla soll mal den Gorilla angreifen. Los, mach mal, mach mal. Das wär, das wär bestimmt lustig, Leute. Mal sehen, wer stärker ist. So. Äh, er tre... Leute, er kriegt da nichts ab, oder was ist hier los? Ja okay, komm. Ich schlag ihn. Ich treff ihn nicht. Leute, ich glaub, ich zieh ihm gar nichts ab. Hä? Leute, ich zieh ihm nichts ab. Mein Dodo ist zu schwach, oder was? Hey, das gibt es doch nicht. Leute, ich kann hier nichts abziehen. Ich glaub, das ist gerade verpackt. Oder ich zieh wirklich zu wenig ab. Oder nochmal richtig Ansprung und dann... Bam. Okay, es geht ehrlich nicht. Ey, dieser Gorilla geht mir grad übelst auf den Nerven, ey. Ich hau einfach mal ab. Aber der hier sieht schon übelst heftig aus. Aber ist leider verpackt. Glaube ich zumindest. Und hier, Leute, der ist auch neu. Guckt mal. Oh shit. Ey, der Gorilla, ne? Guckt mal, Leute. Dieser Griffin hier, ey. Oh shit. Oh Gott. Okay, der greift mich aber an. Ha! Er beschützt mich. Ha! Scheiß Gorilla. Alter, der... Der Griffin sieht richtig hammer aus. Ach. Guckt mal, wer da ist. Die Busmenschen und mein, äh... Und mein Gigaboss. Guckt mal. Ah, ich geh in den Haus. Hier bin ich sicher. Hey, geh weg. Ah, das Haus ist kaputt. Ah. Hä? Alter, was hat der Kaffee in der Attacke gemacht? Habt ihr's gerade gesehen? Alter. Das konnte ich aber nicht. Nein. Alter, Falter. Okay, komm. Der Gigaboss gegen diesen, äh... Griffin. Von meiner neuen Prometheus-Mod. Komm mit, Giga. Komm mit. Komm mit. Oh, er kommt gar nicht. Alter, guckt euch das mal an. Das konnte ich gar nicht. Ich hatte den doch auch. Ich hab's bloß nicht gedrückt, Leute. Passt auf. Nein. Ich muss in mein Haus. Oh Gott. Hier fehlt eine Rampe. Jo. Äh, ich bin der Einzige, der immer durchspringt. So, hier bin ich sicher. Leute, ist das gerade nicht heftig? Alle drei kämpfen gegeneinander. Und keiner trifft den anderen. Ah, hier. Was haben wir denn hier? Ein Polovian. Komm mal raus. Ach, auf Fossilien. Ich dachte, das wäre ein Polovian. Leute, komm. Da kann ich doch mitmischen hier. Wer ist hier ein Boss? Wer ist hier ein Boss? Oh shit. Alter. Oh Gott. Der Griffit zieht doch ein bisschen zu viel ab. Ah. Er will mich. Nein. Die schwingt Pingpong mit mir. Oh Gott. Ich muss hier weg. Ich muss hier mal... Alter, der Gigantit durch. Rage Mode oder was. Okay, der Gorilla ist schon tot, ey. Ähm, ja, Leute. Also, dieser Kampf hier wird wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Deswegen gehe ich erstmal weiter. Mal schauen, was hier sonst noch so ist. Äh, Leute. Ich bin fast tot, aber ich bin wieder hier in diesem Gebiet. Äh, warum ich euch das zeige? Einen Moment. Nicht wegen diesem scheiß Wurm, der gleich vor mir auftaucht. Mal schauen. Ja, ja, ein bisschen groß ist er schon. Ne? Ein bisschen. Ah, den meine ich gar nicht. Passt mal auf. Ich will euch was zeigen. Oh Gott. Als Toto ist man hier echt aufgeschmissen. Wo ist er? Hier war doch gerade so ein Wafer an, ey. Den wollte ich euch zeigen. Der war auch von der neuen Mod. What? Alter, hier. Corrupted, äh, Reaper. Hi. Hallo. Oh Gott. Weg hier. Ähm, wo ist der? Wo ist der? Der musste doch hier irgendwo sein. Ist er das? Alter, shit. Was ist das? Alter, das ist der nicht, Mann. Oh Gott. Okay, da ist der. Da ist der Drachenboss. Der neue. Und da ist ein Ankylo, neuer Boss. Weg hier. Ich will mir die gleich genauer angucken, aber ich muss erstmal hier weg. Alter, was geht denn da ab? Habt ihr gesehen, was die krasse Viecher da sind? Guckt mal. Alter. Aber der Ankylo ist riesig. Ich glaube, das ist ein Dodo, äh, Dodo Waifan. Das ist ein Dodo Waifan, ist das, Leute. Und ein heftiger Ankylo, ey. Oh, ich will gerne mitmischen, aber als Dodo ist das ein bisschen scheiße gerade. Doch, das ist ein Dodo Waifan, ey. Und ein heftiger Ankylo. Ich will mal wissen, was ziehen die ab? Mal schauen. Okay, ich hab's nicht gesehen. Egal. Leute, ich bin schon froh, wenn die Folge endlich kommt, äh, wo ich gleich mit diesen Viechern wirklich mithalten kann. Aber heute als Zombie-Dodo, ich glaube, äh, mal eher nicht. Ha, wie sie schon alle warten hier auf mich. Komm her. Weg mit euch, ihr unwürdigen. Zack. Okay, da vorne ist noch einer. Ey, aber der Zombie-Dodo gefällt mir, ey. Ey, ich bin richtiger Krieger mit meinen Sperren. Alter, Leute. Guck mal, wie krass der nachts aussieht, der, äh, der, der Griffin. Alter, heftig. Oh, das sind so schöne Viecher, ey. Aber die sind übelst OP, ey. Nice. Ähm, aber ich glaube, ich hau hier mal ab aus diesem Gebiet. Hä, was ist das denn? Hä? Was ist das? Guck mal, hier im Wasser. Hä? Wow, was ist das? Hä? Das ist ein Wolf oder sowas? Das muss ich mir jetzt mal näher angucken. Der kam auf jeden Fall auf mit der neuen Mod. Alter, Dodo kann springen, ne? Das ist ein großer Wolf. Alter, sieht der nice aus. Okay, der, der, guckt mal, Leute. Egal, ob ich jetzt sterbe. Guckt mal. Alter, den hätte ich mir jetzt gerne getamed, ey. Oh Gott, ich muss weg, ich muss weg. Schiert, Leute, schiert. Oh, der sieht so nice aus, ne? Okay, aber erst mal weg. Ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt erst mal zum Gebiet, äh, wo ich nicht gleich sterbe. Das heißt, zum Anfang. So, Leute, ich habe es geschafft. Ich bin am Anfang von Amisa. Und ich würde mal sagen, hier fühle ich mich ziemlich sicher. Also so ziemlich sicher. Ähm, ja, ich springe jetzt einfach mal hier rüber. Ach, falsch, Schaden, Leute. Scheiß drauf. Oh, und hier, und hier kann ich auf jeden Fall als Dodo überleben. Denn, guckt, zack, das sieht sehr gut aus. Und so eine Viecher hier, die mache ich doch auch fertig. Komm her, Brachio, du hast keine Chance, Alter. Wie so ein Ninja ist der Dodo, Leute. Wie so ein Ninja. Guckt euch das mal an. Bam. Okay, ich treffe auch voll schlecht. Alter, ich fliege auch immer zehn Meter weg, ne? Nicht mit mir. Oh Gott. Trotzdem mache ich ihn fertig. Den hätten sie in Dodo so eine super Zombie-Attacke machen müssen. So, so, dass er Gehirne werfen kann oder so. Jetzt aber. Leute, ich komme noch nicht ran. Ich bin zu klein. Treffe ich ihn trotzdem? Ne. Ich bin zu klein. Ach, scheiß drauf. Das dauert eh zu lange. Weg hier. Ich suche mir was anderes. Ey, ich finde ihn so nice, weil er so schnell ist, ne? Wenn ich, äh, in Amisa auf den reiten könnte, ich glaube, ich werde nur mit dieses Viecher rumlaufen. Hahaha. Schön, Triceratops-Fleisch. Okay, mal schön, mal schön weitergehen hier. Okay, Leute, das Schwein kommt, das Schwein kommt. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Das ist hier die Frage. Okay, es schafft gerade nicht anzugreifen. Das wäre es dann natürlich, wenn ich das, äh, Prime-Schwein hier töten könnte. Aber es sieht gerade nicht gut für mich aus, glaube ich, oder? Oder, oder? Ich weiß es nicht. Ich versuch's einfach. Ich weiß nur, das hat übelst viel Energie. Und ich, äh, nicht so viel. Los, Junge! Los, Dodo, du machst sie fertig! Alter! Oh, Leute! Was für eine Kampfmaschine! Ich hab das Prime-Schwein getötet! Heftig! Okay, weiter geht's! Das, das, das sport mich gerade an, ey! Stärkere Gegner! Kein Moshob! Stärkere Gegner! Hehe! Alter! Oh, nice! Ich hab mich wieder verliebt! Oh, ist der schön! Ich mach' ein Selfie! Hallo! Okay, scheiße! Okay, der ist stärker! Oh, holy shit! Großer? Alter, der hat mich fast getötet! Oh, den will ich gerne haben, ey! Guck mal, er kommt! Wartet! Ja! Hehe! Oh Gott! Der ist schneller als ich! Im Wasser! Nein! Ich bin tot! So, Leute! Ich habe mich, äh, in der Wüste einfach mal reingespawnt! Denn, äh, so bräuchte ich den ganzen Weg nicht gehen! Bin ja eh gestorben! Und mal schauen, was hier so abgeht! Vielleicht, ich, ich, ich bin sogar überlegen, ob ich mir vielleicht einen Tino suche, der down ist und den mal Fleisch reinpacke! Mal sehen, ob ich als Dodo mir einen Tino tamen kann! Und das wäre auf jeden Fall, äh, richtig nice! Dann mach' ich mir so eine kleine Armee! Mal sehen, was wir hier so haben! Alter, was geht denn da ab? Okay, da haben wir zwei Rexe, noch einen Rex und einen Dodo Rex! Schaffe ich die, Leute? Das ist jetzt die Frage! Kommt her, Junge! Guckt mal an, Junge, wer ist hier der Stärkste? Ich glaub' mal, mein Dodo! Oder? Ey, die ziehen gar nicht so viel ab! Ich glaub', ich bin stärker, ey! Ich glaub', ich mach' die platt! Oder auch nicht! Mal schauen! Kommt her, Junge, kommt her! Okay, es werden auf jeden Fall zu viele Rexe gerade! Alter, die ziehen doch ein wenig viel Schaden! Aber wenn ihr unten rechts guckt, nicht viel, äh, nicht so, so viel, dass ich sage, ich muss weglaufen! Okay, es dauert mir aber ein wenig zu lange, wo ist mein großer Bruder? Da ist mein großer Bruder! Hilf mir! Hilf mir! Ey! Dodo Rex! Die ärgern mich! Ey! Komm mal mit! Dodo Rex! Komm mal mit, die ärgern mich! Guckt, die schlagen mich! Komm mal mit! Ey, beschützt mich, Leute! Guckt! Jetzt beschützt er mich! Yeah! Guckt! Alter, zwei Dodo Rexe! Alter, heftig! Oh, der sieht auch übelst nice aus, ne? Oh, shit! Ah! Oh, Gott! Oh, die sind so nice, ne? Okay, Dodo Rex werde ich auch noch auf jeden Fall spielen! Oh, Gott! Na? Könnt ihr nicht richtig schwimmen? Sünde, jetzt töten sie das, äh, mit denen... Ich bin tot, hä? Hä? Was für ein Kapusuchus waren das? Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich mal unter Wasser und gucke mal, was da so abgeht. Denn der Zombie-Dodo hat übelst viel äh, Luft, sage ich jetzt mal. Also, der, der trinkt nicht so schnell. Und mal schauen, was hier so abgeht. Ich war nämlich noch nie in Amisa hier unten. Ich weiß nicht mehr, ob hier irgendwas ist. Wirklich. Ich war hier noch nie. Okay, eine Sache habe ich jetzt schon gefunden. Hier ist so eine Ecke, wo nur diese... Diese... Äh, wie nennt man die? Die Oktopusse oder wie auch immer. Diese Tadeos. Wo nur diese Tadeos sind. Ist das hier ein Alpha? Der so qualmt? Ich glaube, das ist ein Alpha. Gott, ich sehe nichts mehr. Das ist, glaube ich, ein Alpha hier. Der stinkt. Guckt, Leute. Der hat so qualmt über sich. Mache ich ihn fertig oder nicht? Doch, Alpha ist das. Nice. Den werde ich doch jetzt töten. Er blutet schon. Keiner kommt hier gegen mein Dodo an. Yeah. Okay, den Alpha habe ich, glaube ich, jetzt aber nicht... Nee, den Alpha habe ich nicht getötet. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Den kriege ich aber gleich. Den kriege ich gleich. Oh Gott, Megalodon. Ach, Leute. Nein. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hä? Wartet mal. Ich bin auch voll überladen. Okay, ich kann mich trotzdem noch bewegen. Weghauen. Ja, komm, Junge. Komm her, Junge. Der verarscht mich hier immer. Okay, habe ich ihn getötet? Nee, er lebt immer noch. Leute, ich komme nicht mehr hoch. Ich komme ran. Ich komme ran. Und? Komm schon. Ja. Gleich ist er tot. Ja, ich habe Alpha getötet. Nice. Wo ist meine Trophäe? Wieder voll überladen, ey. Habe ich eine Trophäe gekriegt? Nö. Was für ein Scheiß. Okay, Leute. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, an der Oberfläche zu kommen. Weil ich kann nicht mehr hochschwimmen. Nein. Ich kann nicht springen. Ich glaube, wenn ich in die Wand laufe, komme ich nach oben. Oh, geht doch. So, nur noch ein kleines Stück. Dann habe ich es geschafft. Oh Gott, ein Moser. Ich habe einen gefunden. Alter, das wird ja schon langsam dunkel hier. Aber habt ihr gesehen, Leute? Ein Mosasaurus. Ähm, den würde ich mir jetzt mal genauer angucken. Da. Was für ein Zufall, ey. Oh, ich will ihn irgendwie nicht töten. Ne, den töte ich nicht, Leute. Ich liebe Mosas. Guck mal, wie nice der aussieht, ey. Und er macht ja auch nichts bei mir. Also, lasse ich ihn am Leben. Heftig. Okay, Leute. Ein etwas größeres Fisch habe ich doch noch gefunden. Den hier. Oh, sieht der nicht nett aus, Leute? Ey, guck mal. Der ist richtig heftig groß eigentlich, ne? Aber das scheint nicht so stark zu sein. Aber ich finde, der sieht voll nice aus. Guckt mal, ey. Mal sehen. Sünde. Jetzt habe ich ihn doch getötet. Ein Schlag. Geh weg, Megalodon. Aber ich glaube, sonst ist hier echt gar nichts. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas den Spawn blockiert oder so. Aber. Also, das Fisch war jetzt noch was anderes. Aber sonst sind wir alles hier nur dasselbe. Okay, kommt. Äh, vor mir ist noch eine Insel. Da gehe ich jetzt noch rauf. Aber dann war es das auch schon. So, Leute. Ich bin auf der Insel angekommen. Und hier sind überall so komische Steine. Die sehen für mich aus wie Ölsteine, ey. Diesen Ort muss ich mir auf jeden Fall merken. Weil, äh, hier könnte ich, glaube ich, mal, äh, mal eben so vorbeischwimmen, ne? Aber Bewohner habe ich hier noch nicht gesehen. Ich glaube, die ist unbewohnt hier, diese Insel. Ach, nee. Hier, Leute. Hä? Wie Hammer. Pinguine. Hier ist sogar so ein Mini-Pinguin. Na, alles klar, Digga? Hehe. Was? Okay, komm. Ich lasse die anderen am Leben. Ich gönne mir nur von denen hier das Fleisch. So. Organisches Polymer geben die. Okay, das ist auch schon mal sehr gut zu wissen. Das werde ich mir auch auf jeden Fall merken. Mal schauen, ob hier noch was ist. Vielleicht ist es so ein Pinguin-Boss oder so. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee, ich glaube, hier ist ehrlich nichts mehr. Ich glaube, das ist eine Pinguin-Insel. Wo so ein paar Pinguine sind, wie hier schon wieder. Zack. Aber, äh, nichts anderes, glaube ich. Na ja. Was soll's. Äh, hier kann man auf jeden Fall sehr gut, äh, abbauen, Leute. Diese Steine, die Pinguine. Also, schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht, ne? Und so weit ist es, glaube ich, gar nicht. Denn, ähm, hier ist das normale Schneegebiet vor mir. Wo ich sonst immer bin, in Amisa. So, Leute, dann würde ich sagen, äh, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja einen Daumen nach oben geben oder einen Kommentar lassen. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und mal schauen, was wir in der nächsten Folge spielen. Ihr könnt ja wieder Vorschläge machen. Und bis dahin, Leute. Schau und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schau und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Schau.